Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Die Zeit ist gekommen, liebe Hörer. Wir haben den ersten Advent im Jahr 2024. Wir Christen erinnern uns bei der Gelegenheit vielleicht daran, dass der Heiland als Mensch geboren wurde, die führenden Figuren der christlich-demokratischen und der christlich-sozialen Union in Deutschland, auch bekannt als CDU und CSU, möchten aber die Adventszeit lieber nutzen, um noch mehr Menschen in den Ukraine-Krieg zu schicken, um noch mehr Feinde des Christentums ins Land zu holen und um die Reste einer in Frieden und Wohlstand lebenden Gesellschaft zu zerstören. Mitgeholfen bei diesem politischen Großprojekt haben selbstverständlich die Grünen, die Gelben und die Roten. Und es ist jetzt schon klar, Sie werden es weiterhin tun, wenn man sie lässt. Dies gilt es einfach festzuhalten, damit es hinterher nicht heißt, man habe es nicht gewusst, nicht kommen sehen und so weiter. Und jetzt habe ich eine Empfehlung für Sie, wenn Sie den lästigen Pfunden zu Weihnachten bereits im Voraus den Kampf ansagen wollen. Unser heutiger Sponsor ist fitathome.de und die Macher von fitathome.de sind Kontrafunk-Hörer und Unterstützer der ersten Stunde. Sie haben ein Ganzkörpertraining mit dem Namen Yoga-Letics speziell für zu Hause entwickelt. Alles, was man für das Training benötigt, sind 2x2 Meter Platz und 3x30 Minuten pro Woche. Und schon steigern sich Ihre Ausdauer, Ihre Beweglichkeit und Ihre Kraft wie von Zauberhand. Die Übungen sind aus dem Yoga entnommen. Sie sind Low Impact. Das bedeutet, es gibt keine Sprünge oder ruckartigen Bewegungen. Das schont nicht nur den Körper, sondern auch die Ohren der Nachbarn. Mit dem Gutscheincode Kontrafunk erhalten Sie bis Ende des Jahres einen Preisnachlass von 50%. Absolvieren Sie noch heute Ihr kostenloses Probetraining von Yoga-Letics unter fitathome.de. Soweit die Werbeansage. Und jetzt eröffne ich die Sonntagsrunde mit der österreichischen Historikerin und Publizistin Gudula Walterskirchen. Sie gibt das neue Online-Magazin Libratus heraus. Libratus.online mit dem Kontrafunk-Redakteur und Moderator Stefan Milius in der Schweiz. Sowie mit dem Journalisten und Buchautor Alexander Wendt. Er arbeitet für Tichis Einblick und betreibt das Online-Magazin Publiko. Herzlich willkommen. Vor meinem inneren Auge sehe ich eine Gruppe von Ertrinkenden, die sich schon halb unter Wasser eine Wüsteschlägerei liefert. Sie treten einander in die Weichteile, sie zerren sich an den Haaren. Und dann gibt es Medienleute, die sagen, das sei Wasserballett. Dieses Bild bieten derzeit die Altparteien, die Blockparteien, die Kartellparteien in Deutschland. Aber nicht nur da, sondern auch in Österreich. Und mit Österreich würde ich gerne beginnen, Frau Walterskirchen. Das hat ja schon Burgtheater-Qualität, was da abgeht. Jetzt wurde letztes Wochenende in der Steiermark gewählt. 35% für die FPÖ, klarer Wahlsieg. Kommt jetzt dort, wie auch in Wien, die Koalition der Verlierer? Ja, man erinnert sich tatsächlich immer mehr an Johann Nestreu. Also das kann man ja alles, wenn es nicht so tragisch und ernst wäre, ja gar nicht mehr ernst nehmen. Also genau zu dem Zeitpunkt, als in Deutschland die Ampel auseinanderbrach, beziehungsweise ihr trauriges Schauspiel auf den Höhepunkt getrieben hat, hat man in Österreich sich ja bekanntlich gedacht, wir machen jetzt eine Ampel. Also zumindest so etwas Ähnliches wie eine Ampel, mit anderen Farben. Also es schielert auch da pink und grün ist raus. Aber trotzdem hat man schon bei den Bürgern, die noch irgendwie die Vernunft im Vordergrund haben, das Kopfschütteln gesehen und gesagt, was soll das sein? Und vor allem, es war ja klar, nach diesen Wahlniederlagen, Sie haben es ja schon angesprochen, in der Steiermark ist es jetzt ein Bundesland, ja, aber trotzdem ein Signal nach der Nationalratswahl, noch mehr Niederlagen für die bisherigen Regierungsparteien, für die traditionellen Parteien, sagen wir mal so, die immer die Regierung eigentlich wechselweise oder miteinander inne hatten. Und der Aufstieg der FPÖ geht ja noch schneller und noch steiler auf sich. Die haben sich in der Steiermark verdoppelt. Also das hat es wirklich noch nicht gegeben. Und wiederum das große Erstaunen, wie kann das sein? Ich meine, Sie haben es, glaube ich, noch nicht ganz begriffen. Sie werden es aber begreifen müssen. Ich meine, das Land liegt da nieder. Und es ist einfach vom Programm her sehr interessant, dass sich ÖVP, also die christlichen Sozialen und die FPÖ sehr nahe sind. Vor allem bei den Wirtschaftsfragen gibt es ja gar nicht, ja, sagt man schon, der eine hat vom anderen abgeschrieben. Also da gibt es gar nicht keine Unterschiede. Und dann will man mit einer Partei, deren Parteiführer sagt von sich selber, er ist Marxist. Noch dazu ist es noch bekannt geworden, dass er Stalin sehr verehrt, was in seiner eigenen Partei auch auf Kritik gestoßen ist, wie man sich vorstellen kann. Und mit denen will man jetzt zusammengehen. Also dieses, Sie haben es noch nicht ganz begriffen, wie Gudela Walterskirchen gerade sagte, das kennen wir ja natürlich aus Deutschland. Aber es nützt ja nichts. Sie haben es nicht begriffen, Sie wollen es nicht begreifen. Ja, das ist jetzt eine sehr interessante Situation nach dem Zerbrechen der Ampel, dass erst einmal, das war ja ein wichtiges Ereignis dieser abgelaufenen Woche, die FDP sich dermaßen selbst in Grund und Boden rammt. Man muss das ja nochmal rekapitulieren. Alle Parteien haben mit Sicherheit Szenarien entwickelt, wie sie aus dieser völlig dysfunktionalen Koalition aussteigen. Jeder hat gewusst, ein Wahlkampf aus dieser völlig verkorksten Koalition heraus schadet ihnen. Die FDP hat also nichts anderes getan als die anderen. Sie hat es eben nur aufgeschrieben in einem Papier, das heißt irgendwelche Mitarbeiter. Und es ist ja schon unmittelbar nach dem Bruch, der ja übrigens von Scholz herbeigeführt worden ist, er hat ja Lindner entlassen, bekannt geworden, dass es da eine Strategiesitzung gegeben hat. Und Lindner sagte damals, es ist Wahlkampf, wo ist die News? Und wenn er dabei geblieben wäre und gesagt hätte, ja, wir haben das durchgespielt, wie die anderen auch, wir haben da eine Strategie entwickelt, aber jetzt bin ich überholt worden, dadurch, dass der Kanzler mich entlassen hat. Und nun ist eben Wahlkampf. Dann hätte die FDP einigermaßen gut dagestanden. Und jetzt passiert Folgendes, dass die FDP erst leugnet, es hätte dieses Papier nicht gegeben, es hätte dieses Wort darin nicht gegeben. Die Idee, wo das völlig unbedeutend ist, das ist ja nur eine Chiffre für den Bruch, den man da durchgespielt hat. Man sagt ja immer, jemand schießt sich ins Knie. In dem Fall hat sich die FDP beide Beine weggeschossen und das am Beginn des Wahlkampfs. Es ist für mich unbegreiflich, diese extreme Unprofessionalität in der Spitze einer Partei. Und natürlich war meine Hoffnung, dass die FDP auch aus Reue heraus die Ampel überhaupt so lange mitgetragen zu haben und so vielen Dingen zugestimmt zu haben, die mit liberalen Grundsätzen gar nichts zu tun haben. Dass sie aus dieser Reue heraus einen dezidiert bürgerlichen Wahlkampf führt. Und dass es vielleicht dann mit der Union reicht, die ja auch halb merkelistisch ist. Das muss man ja sagen. Der Schatten von Frau Merkel liegt ja immer noch schwer über dem Land und eben auch über der Union. Und dass es dann aber doch am Ende zumindest zu so einer halb bis dreiviertelbürgerlichen Koalition reicht. Gut, also ich fasse das Grundlegende nochmal zusammen. Es ist okay, dass die FDP endlich die Notbremse gezogen hat. Viele haben es erwartet, viele haben es erhofft. Und wie Alexander Wendt gerade gesagt hat, man könnte jetzt achselzuckend sagen, ja, es ist halt Wahlkampf, da gibt es nichts weiter daran auszusetzen. Jetzt haben wir aber die drollige Situation, dass wir neben dem grundsätzlichen Okay eine Petitesse skandalisiert finden. Nämlich, dass das Allbekannte, wir wollen da nicht mehr lange mitmachen, auf Papier aufgeschrieben wurde. Stefan Milius, Papier spielt jetzt plötzlich eine solche Rolle. Und auch noch ein Ausdruck, also D-Day. Ja gut, das kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und ist ein bisschen martialisch wahrscheinlich im Bedeutungsraum, der da mitschwingt. Aber, dass das Papier jetzt umgereicht wird und dass man sagt, um Gottes Willen, das ist Verrat. Macht das dich lächeln? Ich würde eigentlich gerne den Bogen nochmal zu Österreich zurückschlagen, weil das hängt alles zusammen. Alle diese Ereignisse lassen sich darauf zurückführen, dass es einfach darum geht, dass Altparteien, Machtpolitiker um jeden Preis an der Macht festhalten wollen. Und Strategien basteln, wie sie das tun könnten, ob sie zu einem richtigen Zeitpunkt dort rausgehen oder reingehen. Das ist überall dasselbe und das wollen die Leute nicht mehr. Sie haben es noch nicht begriffen, wurde vorher gesagt. Und das passt eben auch zu den Medien. Als Medienkolumnist beobachte ich das auch. Wir hatten jetzt die Situation in Österreich, wo eben diese Altparteien eins aufs Dach kriegen, Woche für Woche, dass die Medien das auch nicht begriffen haben, woran das liegt. Der Zürcher Tagesanzeiger, eine der größten Zeitungen in der Schweiz beispielsweise, ließ sich so vernehmen, diese Wahlerfolge der FPÖ jüngst in der Steiermark, die zeigen, dass die rationalen Argumente bei den Leuten nicht mehr fruchten. Das ist der Tunis in den Medien. Das wird gesagt. Und das spielt alles aufs selbe raus. Also wenn ihr die FPÖ wählt, dann seid ihr rationalen Argumenten nicht zugänglich. Also ihr seid Irrationalisten. Deplorables. Genau, obwohl ja Österreich, wenn dort irgendwas irrational ist, dann war es die Politik der schwarz-grünen Regierung der letzten fünf Jahre. Und ich glaube, das geht alles aufs Gleiche raus. Die Leute beobachten, den Politikern ist es völlig egal. Sie wollen einfach an der Macht bleiben, ob jetzt eben in dieser zerborstenen Koalition in Deutschland, ob jetzt nach diesen Wahlsiegen der FPÖ, die Traditionsparteien, die an der Macht bleiben wollen. Die Leute wollen das einfach nicht mehr. Und ich hoffe eben deshalb auch schon fast darauf, dass zum Beispiel in der Steiermark wieder so eine Zuckerl- oder saure Drops-Koalition zum Zug kommt. Denn je öfter das passiert, desto schlimmer wird es bei den nächsten Wahlen. Burgenland wartet, Wien kommt. Und die Leute schauen staunend zu, wie ihre Wahlabgabe keinen Pfifferling wert ist, weil die sowieso unter sich was ausbackeln. Und dann werden sie das nächste Mal noch viel entschlossener hingehen und sagen, nee, ich wähle die Alternative. Aber ich verstehe eins nicht, wenn es wirklich nur um Macht ginge, dann müssten ja gerade Unionspolitiker dann endlich diese Themen entschieden anpacken. Und man sieht ja auch in anderen Ländern Europas, in Dänemark beispielsweise, hat die Sozialdemokratische Partei dort eine tatsächliche Migrationswende durchgeführt, hat mittlerweile eine der härtesten Migrationspolitiken in Europa und ist damit erfolgreich. Während bei den anderen die Zustimmung immer weiter erodiert und Politiker in Deutschland zumindest schauen ja eigentlich schon auf die Wahlen. 2029, da stehen eine Menge Landtagswahlen und auch wieder eine Bundestagswahl an, falls die nächste Koalition nicht auch wieder vorzeitig dann zerbricht. Irgendwann kommt das in Österreich dazu, irgendwann kommt es in ersten Bundesländern in Deutschland dazu, dass dann die AfD beziehungsweise die FPÖ eine absolute Mehrheit erreicht. Und dann ist die Macht der anderen eben wirklich weg. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, die Gebranntmauerten dann noch an der Regierung zu hindern. Frau Walterskirchen. Das eine ist, es geht offenbar in der Politik nicht um Vernunft. Ich meine, Österreich hat die höchste Inflation in Europa. Wir haben die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben eine Kriegsgefahr in Europa. Österreich ist Gott sei Dank neutral, aber ich meine doch sehr klein. Und wir können uns da nicht völlig abwenden. Die Migration sowieso, ja, es gibt in Wien jetzt ja auch schon die Vorfälle, die man früher nicht hier kannte und gedacht hat, die kommen nicht zu uns. Das heißt, das Leben ist einfach für den Großteil der Menschen, für viele Menschen, wirklich schwierig geworden. Und es wird nicht besser. Und dass man dann erwartet, dass man für diese Politik belohnt wird und nicht abgestraft, das ist irrational. Und der zweite Punkt ist der, ich denke mal, es geht nicht nur um den Machterhalt. Das heißt, klar, Politik ist immer Macht erringen und Macht so lange wie möglich erhalten. Sondern es ist, weil es eigentlich unvernünftig ist, was Österreich betrifft, nicht mit der FPÖ zu koalieren. Da könnte man ja viel umsetzen. Das ist die Angst vor den Medien. Die ist ganz, ganz extrem. Also da quasi medial hingerichtet zu werden, das ist sicher der Grund dafür, dass so vieles schiefgelaufen ist seit 2015 schon. Auch das haben sie immer noch nicht begriffen, dass das so nicht mehr funktioniert. Also das heißt, wenn ich in den Medien gelobt werde, heißt das heutzutage nicht, dass ich dann auch gewählt werde. Und das haben sie auch noch nicht verstanden. Und was noch dazukommt ist, die Angst auch, das, was sie in den letzten Jahren alle miteinander angestellt haben, also was sie angerichtet haben, dass dann eine Oppositionspartei, und Kickl hat es ja, ich halte es zwar für einen strategischen Fehler, aber er hat es öffentlich angekündigt, das auch wirklich aufzuarbeiten und sie quasi dann zur Rechenschaft zu ziehen. Das war natürlich eine schlimme Drohung und die hat offensichtlich auch ihre Wirkung nicht verfehlt. Also das hat man schon ein bisschen vergessen, aber das hat die Politiker, die in den letzten Jahren das Sagen hatten, maßgeblich verschreckt. Verständlicherweise. Sieht man ja auch in Amerika, was da alles noch an Schrecken vielleicht herauskommt. Sparen wir uns das noch einen Moment auf. Ich habe ein paar Detailfragen. Wenn wir jetzt schon bei Österreich sind, eines hätte ich gern von Ihnen erklärt bekommen, Frau Walterskirchen, das ist das Phänomen Rudi Fussi. Der hatte ja einen sagenhaften Auftritt, jetzt am Mittwoch, glaube ich, war es, hat eine Pressekonferenz abgehalten und hart vom Leder gezogen, gegen seine Partei, gegen die Sozialistische Partei, hat die Führung attackiert. Er ist ja nicht so ein extremer Marxist wie der Babler, sondern er ist ja Wirtschaftsmensch und PR-Berater und steht da ganz woanders. Aber da gab es noch ein bisschen mehr Musik. Können Sie uns mal kurz die Rolle von Herrn Fussi erklären? Ja, also ich kenne ihn nicht sehr näher, aber ich kenne ihn persönlich und ich war auch sehr überrascht über diesen Auftritt und ich muss sagen, eigentlich menschlich gesehen ist es auch irgendwie beeindruckt, gebe ich zu. Es war bisher ja kein aktiver Politiker, sondern Berater, also eher im Medienbereich vernetzt, dass sich da einer hinstellt und eine Reihe von Fehlern eingesteht und öffentlich seine Angehörigen und die Öffentlichkeit bis hin zu den Geimpften, die um Entschuldigung gebeten hat. Aber das ist wirklich eine kleine Sensation. Also das ist schon wirklich, sagen wir mal, bemerkenswert. Und auch, dass er die FPÖ-Wähler mal beschimpft hat, tut ihm leid. Ja, also ob es jetzt wirklich ehrlich gemeint war oder ein Schachzug, das weiß ich nicht. Aber es klang für mich schon sehr echt. Also dass er das macht und weiß, dass er dafür Prügel bekommt von denen, die ihn bisher hochgelobt haben, das ist wirklich menschlich beeindruckend. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das ist jetzt so der offene Kampf von Fundis und Realos. Der tobte in der SPÖ schon länger. Das heißt, da gibt es die Ideologen. Da gab es ja schon Streit auch um den letzten Parteivorsitz und Parteitagen. Ja, da ging es ja rund. Das heißt, dieser jetzige Babler ist ja ein ausgewiesener Ideologe. Und dann gibt es den starken Flügel der Realos. Da gehört zum Beispiel der burgenländische Landeshauptmann dazu. Und Fussi ist Politikberater und Berater eben jenes Landeshauptmanns Doskozil. Jetzt ist die Möglichkeit auch die, dass es ein strategischer Schachzug ist und zu sagen, jetzt steige ich mal rein, weil der burgenländische Landeshauptmann ist auch ziemlich krank. Ja, der schafft das irgendwie selber sehr schwer. Ich steige in den Ring und mische mal die ganze Partie mal auf. Schau mal, was passiert, dass er mal das Innerste nach außen kommt. Naja, er sieht seine Chance. Richtig. Das ist ja okay. Er will ja Parteiführer der SPÖ werden. Hat er Chancen? Er will Babler stürzen. Naja, interessant ist, also von der Unterstützung der Partei würde ich sagen, die Frage ist, ob er die Realos wirklich hinter sich versammeln kann. Die sind schon sehr skeptisch. Aber es kann auch anders funktionieren, denn er hat das scharfe Geschütze aufgefahren. Auch quasi Fehlverhalten, das auch theoretisch-juristisch relevant sein könnte, des Parteichefs benannt oder angedeutet. Das klang schon richtig nach einem Putschversuch. Also das habe ich in dieser Art auch noch nicht gehört. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt völlig ernsthaft darüber diskutieren, ob Rudi Fuss die Chance hat, SPÖ-Chef zu werden, die zeigt eben die Verfassung dieser Partei, dieser großen, alten, einst wirklich staatstragenden Partei. Weil früher hätte man gesagt, ein Kommunikationsberater, der den amtierenden Parteivorsitzenden herausfordert, okay, das ist eine Hofnarren-Geschichte, das ist lustig für die Medien, wir haben alle sehr gelacht und dann gehen wir wieder zurück zur Tagesordnung. Aber in der Verfassung, in der die SPÖ ist, mit einem Vorsitzenden, der die Partei von Wahlniederlage zu Wahlniederlage führt und dann aber bei diesen komischen Zukunft-Koalitions-Pressekonferenzgesprächen hinsteht, als wäre er so eben irgendwie zum König gekrönt worden, das verstehen die Leute nicht mehr, das verstehen auch die Leute in der SPÖ nicht mehr. Und es ist einfach so, wenn du keinen Erfolg hast, dann musst du damit rechnen, dass ein Herausforderer erfolgreich ist. Und was der Fuss sie gut macht, er nimmt die Leute an Bord und sagt, wir haben einen Sumpf in der Partei und das ist einfach unübersehbar und das spricht er an. Und der Pablo ist ein Verwedler, der einfach behauptet, das ist alles beim Besten und ich führe euch zu neuen glanzvollen Zeiten, während er immer weiter den Hügel runterrutscht. Also von daher ist das hochspannend, wobei es noch sehr ungewiss ist, ob es überhaupt zu einer Wahl kommt. Er braucht dafür ja eine bestimmte Anzahl Mitgliederunterschriften, damit er ihn herausfordern kann. Das wird derzeit geprüft, ob diese Anzahl wirklich zusammengekommen ist, aber ist hochspannend und die SPÖ muss sich sowieso neuer finden, ob mit Fussi, ob mit Pablo, mit wem auch immer. Die müssen dringend eine Kurswende herbeibringen. Und wenn es zu einer Wahl kommt, dann muss man ja schon fürchten, nach allem, was man in der SPÖ erlebt hat, dass die Auszählung irgendwie auch nicht richtig klappt. Naja, aber am nächsten oder am übernächsten Tag weiß man da doch Bescheid. Aber diese Erschütterungen in der Parteilandschaft, diese Desorientierung, die sehen wir überall, auch in Deutschland. Also ich würde beispielsweise keinen müden Euro darauf verwetten, dass der Kanzlerkandidat, der Spitzenkandidat der SPD Anfang Februar noch Olaf Scholz heißt. Das wird jetzt zwar eisern versichert von der ganzen Partei, dass man zusammensteht, dass man einig ist, dass es gar nicht anders sein kann. Das erinnert mich alles an die Versicherung damals, vor etlichen Jahren, man werde auf keinen Fall wieder in eine große Koalition mit Merkel gehen. Das wurde ja ganz grundsätzlich beteuert, und staatstragend begründet. Man könnte nicht zulassen, dass die AfD dann die größte Oppositionspartei und damit Oppositionsführer wird und so weiter. Und nach ein paar Wochen war das alles bekanntlich anders und dann hat man eben erklärt, jetzt geht es eben so rum, jetzt gehen wir doch in die große Koalition und so kann es auch bei der SPD durchaus gehen. Das ist nur die personelle Spiegelung einer inhaltlichen Entkernung, einer inhaltlichen Desorientierung und Erschütterung, die aber eben nicht nur die SPD, sondern auch andere Parteien betrifft. Ja, aber wer soll es denn sonst machen, Alexander, wenn es nicht der Scholz ist, vielleicht der Pistorius, der ist doch ein unbeschriebenes Blatt, mit dem kann man doch in keine Wahl gehen. Der hatte mal eine Uniform getragen, aber ansonsten interessiert er niemanden, weil niemand weiß, wer er ist. Aber entschuldige, bevor du mir das beantwortest, ich habe so viele Fragen. Ein kleines Detail möchte ich von dir, weil du ja immer so alles weißt, möchte ich gerne wissen. Bei der FDP haben ja alle gesagt, Verrat und so weiter. Und es ist ja so viel Verrat im Spiel gewesen. Also es ist ja nicht nur Nestreu, es ist ja schon Shakespeare fast, was da passiert. Und dann gab es den Herrn Wissing, der im entscheidenden Augenblick gesagt hat, okay, ich bin raus, ich mache nicht mehr mit, ich will Minister bleiben, ich bin kein FDP-Mensch mehr. Und da war er sehr willkommen, selbstverständlich. Bei der Regierung hat der Herr Wissing dieses Papier gekannt und vielleicht mal dem Herrn Scholz gezeigt. Das kann durchaus sein. Das ist auch eine große Überraschung für alle in der FDP, dass der, immerhin war ja mal Generalsekretär dieser Partei, dann dorthin überläuft. Also deine Vermutung, an der ist durchaus was dran. Irgendjemand, der dieses Papier kannte und auch in der Hand gehalten hat, denn man sieht ja dann die Faximilis dieses Papiers, muss es ja dann durchgesteckt haben. Nicht unbedingt an Herrn Scholz, sondern eben auch an Medien. Und was Wissing angeht, das ist ja hoch komisch. Das wirft auch ein bezeichnendes Licht auf die Medien, auf die öffentliche Diskussion in Deutschland. Es ist ja kaum auf einen FDP-Minister so eingeschlagen worden wie auf ihn, dass er die Klimaziele verfehlt in seinem Gebiet, dass er ein Anhänger der freien Fahrt auf der Autobahn ist und damit das Klima ruiniert und Schuld an dem Hochwassern der letzten Zeit ist und so weiter und so weiter. Und jetzt auf einmal, nachdem er aus der FDP austritt und sagt, ich mache als Minister weiter, wird er gelobt von den gleichen Leuten, die ihn in den Grund und Boden gerammt haben, als aufrechter Demokrat und als der eine ehrliche Politiker aus dieser ganzen Teufelspartei und wie auch Katrin Göring-Eckardt geschrieben hat, sie hat ihn auch immer als aufrechten Christ bewohnt. Also es ist unglaublich, wie die Kommunikation in dem Politik- und Medienbetrieb, der ja auch immer enger zusammenwächst, sodass sich kaum noch die Grenzen definieren lassen, wie die Kommunikation je nach Lage von einem Tag auf den anderen umschwenkt und Leute auf einmal behaupten, was sie am Vortag noch entschieden abgestritten haben. Also ich habe den Eindruck, wir sind nach Nestreu und Shakespeare jetzt mittlerweile bei Molière angekommen. Jedenfalls, man kann das jetzt immer erweitern. Ja, aber da sind die TATÜVs eben diejenigen in den Medien und ihre Leute in der Politik, mit denen sie sich ständig die Bälle hin und her werfen. Und das ist ja auch etwas, was dann zu dieser Unglaubwürdigkeit sowohl von diesen etablierten Parteipolitikern als auch den etablierten Medien führt. Und das wird dann wieder begründet mit, ja, also wenn die Leute uns nicht mehr ernst nehmen, wenn sie uns das nicht mehr abnehmen, was wir ihnen sagen, dann sind sie eben rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich. Ja, dann müssen sie umerzogen werden. Das ganze Land muss sowieso umerzogen werden. Haben ja jetzt auch 17 oder 18 oder wie viel waren es Verfassungsrechtler gesagt, das muss man sich tatsächlich mal vorstellen. Wer sind diese Leute eigentlich? Also die haben ja gesagt, das Verbot der AfD ist nicht das Ende der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Positionen in der deutschen Gesellschaft, sondern ihr Anfang. Das heißt, erst mal AfD verbieten und dann aber das Volk richtig bearbeiten, damit sowas nicht wieder vorkommt. Ich frage mich jetzt, wer sind denn diese Leute? Habt ihr euch mal mit denen beschäftigt? 17 oder 18 Verfassungsrechtler? Ich finde, wir sollten eine Fortsetzung von Ich habe mitgemacht, das war ja unser Corona-Buch machen. Denn wer diese Leute sind, die sich da jetzt aus dem Fenster lehnen mit diesen totalitären Vorstellungen, das ist ja auch, mit Thomas Mann zu sprechen, buchenswert. Ja, also ein Vertreter dieser Gruppe hat ja jetzt eine juristische Niederlage hinnehmen müssen, denn er hat diese Verbotsforderung unter anderem begründet, nochmal mit dieser falschen Behauptung bei diesem Treffen in Potsdam im November 23 sei die massenhafte Vertreibung auch von deutschen Staatsbürgern, von der AfD gefordert und geplant worden. Diese Behauptung ist ihm jetzt verboten worden durch eine Gerichtsentscheidung und da sieht man, auf welchem dünnen Boden diese Behauptungen und Forderungen stehen. Du hast das auch zu Recht angesprochen in diesem Begründungspapier. Dieser Verfassungsrechtler steht eben genau dieser Satz. Ja, also wir wissen natürlich, dass die Ansichten der AfD-Wähler dann nicht verschwinden würden, aber das Verbot der AfD würde dem Land Gelegenheit geben, dann die Leute richtig zu bearbeiten, also so eine Art Re-Education durchzuführen, damit man dann ein neues Bewusstsein schafft. Von der Schweiz und von Österreich aus betrachtet ist das ja schon recht irrsinnig jetzt, oder Frau Walterskirchen? Also wir erleben zwar den Irrsinn in allen Ländern, hoch drei, aber die Vorstellung, dass man jetzt die FPÖ verbieten könnte, die ist schon außerhalb. Also das ist schon ein großer Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Seit Jahrzehnten dreht sich ja immer im Kreis die Debatte, also wie schrecklich die FPÖ sei, egal wer jetzt da an der Spitze steht, aber sie zu verbieten, also auf die Idee, kann man vielleicht in Hinterzimmern, aber in der öffentlichen Debatte ist das wirklich, also nach wie vor nicht salonfähig, ganz im Gegenteil, es bröckelt sogar ja schon, wir haben ja keine Brandmauer, sondern halt so Versuche, hilflose, ungeschickte Versuche, sich zu distanzieren. Denn man darf ja nicht vergessen, dass ja die FPÖ ja immer wieder mitregiert hat, schon bereits. Und übrigens das erste Mal, das wiederhole ich so gern, weil es so gern vergessen wird, das erste Mal unter Bruno Kreisky, als wirklich noch SS-Leute da dabei waren. Und das war trotzdem eine Möglichkeit, nämlich einfach sich die Mehrheit beziehungsweise die Macht zu erringen. Und das war damals auch schon eine heftige Diskussion, wird aber heute gerne verdrängt. Aber diese Art, damit umzugehen, finde ich besonders spannend, weil ja gerade von deutscher Seite her jetzt allen anderen Ländern, zum Beispiel Ungarn oder auch jetzt Richtung Russland immer wieder erklärt wird, wir im Westen, wir in Europa sind der Horror der Demokratie. Und auch in den Medien wird das immer wieder berichtet, wie schrecklich diese Länder sind, zum Beispiel jetzt in Georgien oder in Weißrussland oder sonst wo, wo man Oppositionsparteien das Leben schwer macht, wo man kritische Journalisten drangsaliert oder Demonstrationen verbietet. Wie kann man nur? Also die nehmen uns ja zu Recht mit unserem moralischen Hochmut ja nicht ernst, weil sie sagen, was macht ihr selber? Stefan Milius. Wir Schweizer dürfen hier nicht zurückstehen. Wir haben auch unsere Rechtsextremen. Also bitte, wir haben die Schweizerische Volkspartei, SVP. Die gibt es seit, glaube ich, bald 100 Jahren, weitaus die stärkste Partei in der Schweiz, seit vielen Jahren überall in Regierungen, Kantonsregierungen und natürlich auch in der Landesregierung vertreten. Und interessant ist, dass jetzt Schweizer Medien euch in Deutschland und Österreich missbrauchen, indem sie dauernd Parallel suchen zwischen der SVP und der bösen AfD und der bösen FPÖ. Und da kommen die zum Schluss, Moment mal, die sind ja weitgehend deckungsgleich in sehr vielen wichtigen Fragen. Also muss die SVP irgendwo auch rechtsextreme Tendenzen haben. Das wird schon auch versucht in der Schweiz. Umgekehr könnte man jetzt in Deutschland und Österreich hingehen und sagen, Moment mal, unsere AfD, unsere FPÖ, die haben große Anleihen bei der SVP, die seit Jahrzehnten störungsfrei mitregiert und überhaupt keine Tendenzen Richtung totalitären Staat entwickelt. Also man könnte es auch von dieser Perspektive aus betrachten. Aber das Ganze hängt natürlich mit dieser Ausweitung des rechtsextremen Begriffs zusammen. Ich zweifle nicht, dass ein AfD-Verbot wirklich erst der Anfang wäre. Inzwischen werden ja auch schon rechtsextreme Bürostühle verhaftet bei der Kompakthausdurchsuchung. Also es kann heute auch ein Bürostuhl rechtsextrem sein. Das wird natürlich gemacht von den Medien. Und wenn man das Feld dermaßen öffnet, dann ist das wahrscheinlich auch eine der letzten Sonntagsrunden, die wir hier noch haben, weil ja, ist ja offensichtlich, dass wir auch rechtsextrem sind. Das, glaube ich, ist etwas, was langsam mit der üblichen Verzögerung auch in die Schweiz schwappt, ist hier aber kaum durchsetzbar, weil die SVP einfach dermaßen installiert ist im Machtgefüge, dass sich das sehr, sehr schwer vermitteln lässt. Jetzt hast du dir widersprochen, denn deswegen wird die Sonntagsrunde im Kontrafunk aus der Schweiz noch eine Weile senden. Aber es stimmt natürlich, dass diese Verbindungslinie SVP und zu den rechten Parteien in Österreich und in Deutschland einerseits belastend wirken soll für die SVP, aber bei der AfD könnte sie dann eben Entlastung bringen. Jetzt haben wir gerade über Europa geredet. Ich will nur einen kleinen Schlenker machen, damit auch immer das Unterhaltsame nicht zu kurz kommt in unserer Runde. Die EU arbeitet ja, also sie ist ja jetzt vollständig besetzt. Die Kommissionspräsidentin hat ihr ganzes Kabinett durchgekriegt. Das sah eine Zeit lang nicht so aus, aber im Stillen und ohne großes Aufsehen hat Ursula von der Leyen da ganze Arbeit geleistet, muss man ihr wirklich zugutehalten. Einer Frau, die wegen Korruption ja noch nicht belangt wird, aber gegen die ermittelt wird. Also man kennt ja die ganze Vorgeschichte mit den verschwundenen Kommunikationen, mit dem Pfizer-Chef und so weiter. Also das hat geklappt und jetzt gibt es aber einen neuen Plan und der ist sehr wichtig, nämlich die tabakfreie Generation bis 2040. Habt ihr davon schon mal gehört? Die EU plant ein Rauchverbot im Freien. Das ist ganz ein wichtiges Thema heutzutage, wo wir aber rande des Krieges stehen. Gell? Ja, also ich würde sagen, die Prioritätensetzung ist wirklich passend zu einem System, ich muss sagen, leider auch einem Gebilde, das ja auch nur für sich gut gedacht war in manchen Hinsicht, aber das implodiert. Es wird einfach nur mehr grotesk und immer noch grotesker. Also egal, wo man hinhört, ich war letztens bei einer Veranstaltung einer Großbank in Österreich und die haben dort extrem vom Leder gezogen gegen die EU, zu meinem großen Überraschung. Also die Hälfte ihrer Mitarbeiter sind nur mehr mit der Bewältigung der neuen Vorschriften beschäftigt. Also 11.000 DIN-A4-Seiten kriegen die pro Jahr und eine kleine Bank schafft das sowieso nicht mehr. Also so kann man nicht arbeiten und das ist bemerkenswert, wenn das von Banken kommt. Also gerade aus dieser Richtung habe ich das ursprünglich nicht erwartet. Also das heißt, es ist ein Bürokratiemonster, das uns irgendwann einmal auffressen wird. Und das tritt leider ein. Also ich könnte jetzt auch noch Kafka mit hineinbringen, wenn wir schon in der literarischen Ecke sind. Ja, aber das sind meiner Meinung nach Übersprungreaktionen, die wir hier auch in Deutschland sehen, die wir in anderen Ländern sehen, dass sich Politiker auf Themen stürzen, bei denen sie meinen, sie könnten sie noch bewältigen. Und in dem Fall ist das dann offenbar die Durchsetzung des fast totalen Rauchverbotes. Wobei ich mich frage, also wenn man draußen nicht mehr rauchen soll, dann soll man also in möglichst geschlossenen Räumen qualmen, wo es dann andere noch ganz besonders betrifft. Also nicht mehr auf dem Balkon, sondern nur noch in der Wohnung. Ich weiß nicht, wie man sich das dann vorstellt. Aber das hat man in den USA gesehen. Das sieht man in Deutschland, sieht man auf der EU-Ebene, eben dieses Ausweichen auf Randthemen, nach denen auch keiner in der Bevölkerung ruft. Also es gibt ja keinen allgemeinen Ruf in der Bevölkerung oder in den EU-Ländern, dass das Thema jetzt das ganz Dringende ist, was angegangen werden muss. Auch in den USA haben ja die Demokraten die Wahl auch deshalb verloren, weil sie sich völlig auf das Thema Abtreibung konzentriert haben. Wofür es allerdings auf der Bundesebene der USA gar keine gesetzgeberische Kompetenz gibt. Und auch unter Trump eins nie einen Versuch gegeben hat, ein Bundesgesetz dazu zu schaffen. Es sei ausschließlich eine Sache der Mitgliedstaaten. Auch deshalb hat es eben bei den Wählern nicht verfangen. Und das andere große Thema von Harris war, dass der Trump-Faschismus verhindert werden muss. Und das sagten offenbar auch eine Mehrheit der Wähler. Also wenn er wirklich ein Faschist und ein Diktator wäre, dann ist die Frage, warum hat er seine Diktatur nicht in der ersten Amtszeit errichtet? Sondern dann auf die zweite gewartet. Und auch in den USA sind die Themen, die Harris gesetzt hat, im Wesentlichen vorbestimmt worden von einer urbanen Klasse, vom besserverdienenden und sich auch für besser haltenden Leuten, die auch diese Alltagsprobleme, die viele andere haben, nicht haben, die von denen nicht geplagt sind. Also das ist ein ganz wesentlicher Kern dieser Glaubwürdigkeitsmisere, des politischen medialen Apparates, dass er meint, Wirtschaft ist gar nicht so wichtig oder wie jetzt Marcel Fratscher kürzlich gesagt hatte, ja, so ein bisschen schrumpfen. Das ist gar nicht schlecht. Läuft alles prima. Wir werden nur gesund geschrumpft. Ja, man, das ist ganz gut, wenn die Leute weniger konsumieren und wenn dann eben entsprechend weniger produziert wird und das Geld, was dann fehlt, das kann man sich eben durch neue Kredite, durch weitere Kredite besorgen. Alexander, es tut mir leid, bei Fratscher muss ich dir sofort das Wort entziehen, weil wir wissen alles, was er sagt. Wir können es im Chor mitsprechen. Es gibt nichts Neues unter Fratschers Sonne. Aber ich will gerne noch ein bisschen darauf einsteigen, weil du die USA schon anvisiert hast. Das ist ja schon interessant, was sich da jetzt tut. Jay Bhattacharya wird Chef der amerikanischen Gesundheitsbehörden. Das ist eine der Nachrichten, auf die ich vier Jahre lang gewartet habe, weil ich mir immer gedacht habe, wenn das passiert und wenn es Fauci an den Kragen geht, dann wird auch Drosten Schwierigkeiten bekommen. Vielleicht bin ich zu optimistisch. Stefan, was meinst du? Ja, es sind zumindest das gute Anzeichen, dass uns vier gute Jahre er war. Trump ist unglaublich aktiv. Alle Leute, die gesagt haben, der hat keine Ahnung von irgendwas, der möchte einfach ein bisschen Golf spielen, nochmal vier Jahre startig besoldet, die staunen jetzt, welchen Aktivismus er an den Tag legt und welche mutigen Entscheidungen er fällt. Das ist ja nicht die Einzige. Ich frage mich übrigens auch noch schlenker zurück zum EU-Kabinett. Die Leute, die jedes Kabinettsmitglied von Trump mit Argus-Augen jetzt da verfolgen und deren Lebensläufe auseinandernehmen, passiert das eigentlich auch mit den Leuten, die Ursula von der Leyen ausgesucht hat. Das wird wahrscheinlich eben nicht der Fall sein. Also es wird alles, was von Trump kommt, natürlich durchleuchtet mit dem Fokus darauf, was kann man dem noch in die Schuhe schieben. Aber er verhält sich sehr geschickt. Er holt da wirklich Leute, die für etwas anderes stehen. Und er wurde ja auch wieder gewählt, weil die Leute was anderes wollen. Das ist völlig folgerichtet, dass er sagt, ich mache doch nicht im selben Trott mit. Ich hole mir jetzt das Gegenprogramm ins Haus. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, ob es wirklich dazu kommt, dass die Leute, die abgestraft gehören, dann auch abgestraft werden. Das ist ja die andere Frage. Aber Personal wie Kennedy oder eben der designierte Chef der amerikanischen Gesundheitsbehörden, das sind schon sehr, sehr gute Anzeichen. Und wenn das in Amerika mal klappt, dann kann es irgendwann auch bei uns klappen. Also ich versuche mich auch in vorsichtigem Zweckoptimismus. Und dann gibt es ja diese Meuten-Phänomene, diese Herden-Phänomene, dass zum Beispiel die amerikanische Supermarktkette Walmart jetzt ihre ganzen Diversity-Sachen einstellt. Also die haben sich ja wie alle großen oder wie viele großen Firmen natürlich erst mal als Trittbrettfahrer der bisher herrschenden Politik beteiligt und bestätigt, indem sie diese ganzen Vorschriften, das also queere Buttermilch oder ich weiß nicht, was alles in den Regalen ist. Das ist jetzt vorbei. Also dieser Quatsch hört auf. Natürlich schreien die Betroffenen jetzt auf und unglaublich was. Aber so ist es. Die fallen einfach um. Und das werden auch mehrere sein. Also das ist ein Phänomen, was ich auch in meinem Buch schon vorausgesagt habe, in meinem Buch Verachtung nach unten, dass das als erstes in Unternehmen passieren wird. Also dort, wo es wirklich um Zahlen geht, wo auch die Realität sich in Zahlen ausdrückt, und eine ganze Reihe von Firmen haben erkannt, dass eben genau diese ständige Betonung, wenn du dieses Produkt kaufst, dann kaufst du nicht nur dieses Produkt, sondern du machst gleichzeitig die Welt besser und wirst selbst gut, dass das eben nicht zum Verkauf beiträgt, vor allem bei Massenprodukten. Und Walmart ist natürlich ein Massenanbieter. Also das wird wahrscheinlich zurückgehen. Nur in Deutschland haben wir die Situation, dass dieses Denken, dieses Woke-Denken, dieses Wir-Machen-mit-symbolischen-Handlungen-die-Welt-Gut am stärksten verankert ist, dort, wo es eben keinen Marktdruck gibt. Also in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, in den Kirchen, in der öffentlichen Verwaltung, in den Universitäten. Und dort wird es auch sehr lange aus genau diesen Gründen bleiben. Die müssen nicht auf Zahlen achten. Und übrigens auch, was die Medien angeht. Wir haben ja dieses Beispiel der FAZ. Wird jetzt heftig diskutiert, dass eine FAZ-Tochter vom Auswärtigen Amt einen sehr satten Millionenbetrag bekommt. Dafür, dass sie eine bestimmte Webseite dann betreuen. Es findet also eine Art Querfinanzierung statt. Das muss ich kurz mit meinem akustischen Marker hier mal hervorheben. Denn das ist ja noch nicht so bekannt. Ihr hattet bei Tichys Einblick darüber geschrieben, die FAZ wird vom Auswärtigen Amt auf eine vertrackte und verdeckte Weise quer subventioniert. Kannst du das mal in ganz kurzen Worten noch darstellen, damit das jeder versteht? Das ist ein unglaublicher Skandal. Also die FAZ hat eine Tochter unter dem gleichen unternehmerischen Dach und die betreut dann eine Seite im Auftrag des Auswärtigen Amtes, bekommt dafür einen guten zweistelligen Millionenbetrag und sagt natürlich ihrerseits, das ist doch völlig getrennt. Hier gibt es die FAZ als Zeitung und Online-Angebot. Dort gibt es die Tochter. Ja, das ist alles unter einem unternehmerischen Dach, aber es gibt überhaupt keine finanzielle Beziehung zwischen den beiden. Natürlich hat das überhaupt keinen Einfluss auf das, was wir im Blatt schreiben. Das kann man so zur Kenntnis nehmen, diese Erklärung. Aber dass das natürlich nicht ohne Wirkung bleibt, wenn ein Unternehmen, das eben auch eine Zeitung herausgibt in einem Online-Angebot dermaßen viel Geld vom Staat bekommt, das liegt auf der Hand. Natürlich. Und genauso ist das bei Korrektiv. Bei diesen Zahlungen wird es möglicherweise sogar unter einer neuen Regierung, unter einer CDU-geführten Regierung bleiben. Man muss sich ja immer vor Augen halten, die bekommen nicht nur Geld vom Bund, sondern auch von dem führend CDU-regierten Land Nordrhein-Westfalen. Was übrigens dazu geführt hat, dass bei dieser ganzen Potsdam-Arie die Tatsache, dass dort mehrere CDU-Politiker anwesend waren, nicht weiter erwähnt worden ist. Sondern es ist so getan worden, als wäre das Ganze eine AfD-Parteiveranstaltung gewesen. Also hier sieht man einen extremen Opportunismus. Übrigens, die Spiegelgruppe hat ja mehrere Jahre lang Geld von der Bill Gates-Stiftung bekommen, bekanntlicherweise. Diese Zuwendung, die hört jetzt auf, aber die hat es eben jahrelang gegeben. Und wir haben das ja auch verfolgt. Es hat einen Spiegeltitel gegeben, der sich mit diesem abscheulichen und unmoralischen Treiben der Multimilliardäre befasst hat. Alle Zuhörer können jetzt dreimal raten, welcher Multimilliardär trotz seiner erheblichen Bekanntheit nicht auf dem Titel abgebildet war und auch nicht in der Titelgeschichte vorkam. Lass mich raten, Bill Gates. Dass es diesen Einfluss gibt und dass er eben doch auf das redaktionelle Verhalten durchstellt, und sei es auch nur, dass man bestimmte Sachen dann eben nicht berichtet. Das ist doch offensichtlich. Ja, aber ich verstehe die deutsche Aufregung gar nicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Denn in Österreich ist das ja gar nicht im Geheimen. Hier gibt es ja eine Medienförderung, die ist ja ganz offiziell. Allein 2022, wenn ich mich nicht richtig erinnere, waren das über 80 Millionen, die ganz offiziell an die Medienhäuser verteilt wurden, Tendenz steigend. Und auch in den jetzigen Koalitionsverhandlungen ist man sich in einem Punkt bei den dreien einig, die Medien müssen noch mehr Geld bekommen. Ja, und diese Medienförderung, also Förderung, das ist ja eigentlich eine institutionelle Korruption, die gibt es in Frankreich seit vielen Jahrzehnten. Ja, ich deute das jetzt nicht, inwieweit die Berichterstattung, ich meine, es könnte sein, man könnte den Eindruck tatsächlich gewinnen, aber es ist an und für sich, wäre diese Förderung ja noch nicht das Problem. Das ist wie bei den Büchern, also bei den Verlagen. Die Frage ist nur, in welcher Höhe findet das statt und wie relevant ist es? Also wenn ich zum Beispiel ein sehr großes Medienhaus bin, sage ich mal mit einem Gewinn im Jahr von, weiß ich nicht, 500 Millionen Euro, und ich kriege vom Staat dann eine Million dazu für, weiß ich nicht, Jungjournalisten, Ausbildung, dann ist mir das eigentlich letztlich egal. Ich sage ja, nehme ich es gern, aber ich bin da doch nicht erpressbar. Das ist wie bei den Inseraten auch von der öffentlichen Hand. Wenn politische Parteien oder auch Ministerien inserieren, ja, also es ist ziemlich sinnlos, weil die können ihre Inhalte ja ohnehin um das Volk bringen. Aber ich habe das ja selber auch erlebt, wenn dann die Drohung kam vor einem Wahlkampf, ja, wenn ihr da wieder so eine Geschichte macht, dann stellen wir uns eine Zarte ein. Das war früher, als die Zeitungsunternehmer noch gesund waren, ja, die Häuser noch genug finanziell ausgestattet waren, den Verlegern normalerweise völlig egal. Ja, dann inseriert es halt nicht. Heute allerdings, wo alle kämpfen, weil sie überraschenderweise einen Rückgang bei den Abonnenten haben, wir können uns den Grund nicht erklären, sind sie vielleicht dann doch ein bisschen darauf angewiesen. und dann ist die Frage, die, und wir kennen das ja alle, da muss ich ja gar keine Forderung mehr stellen. Also wenn ich jetzt der Bill Gates bin, werde ich da nicht angerufen haben beim Spielen gesagt, teilt mich aus der Geschichte raus, sondern das wird ja im vorauseilenden, günstig stimmender Geldgeber ja passieren. Oder ich tue mir zumindest schwerer, ja. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, die nehmen nicht aktiv Einfluss, es ist zumindest die Optik und es ist vor allem die Glaubwürdigkeit, die damit auf dem Spiel steht, weil das glaubte ja kein Mensch, dass das überhaupt keinen Effekt hat. Und das sieht man ja auch bei den Glaubwürdigkeitsrankings der Leser, und das ist jetzt international, das ist in ganz Europa eigentlich der Trend, und man kann es nachvollziehen. Bleiben wir ganz kurz noch bei den Medien. Habt ihr davon gehört, was die Australier machen? Die haben das weltweit härteste Gesetz in Bezug auf die sozialen Medien erlassen. Man darf unter 16 Jahren die sozialen Medien nicht mehr benutzen. Man darf sich da nicht mehr anmelden. Die sozialen Medien müssen eine Eingangskontrolle, eine Altersverifizierung einbauen. In Frankreich hat man schon drüber diskutiert. Bei 13-Jährigen gibt es verschiedene Modelle von Altersstufen. Aber Australien unter 16, ich meine, das sind Leute, die schon Auto fahren dürfen, die dürfen also jetzt sich nicht mehr bei Facebook anmelden. Ich finde das interessant. Es ist zweischneidig. Mich würde eure Meinung interessieren. Also es gibt ja seit langem diese Forderung von Jonathan Haidt, der kürzlich ein Buch genau dazu geschrieben hat, wie soziale Medien und iPhone, diese Kombination, die Gehirne vom Jugendlichen extrem beeinflussen, und zwar extrem negativ beeinflussen. Er belegt das auch mit einer Menge von Zahlen, wie psychische Erkrankungen ganz real, nicht nur gefühlt zugenommen hat mit den USA, seitdem soziale Medien, vor allem Medien wie TikTok, eine sehr große Rolle spielen. und auch Suizidversuche, vollendete Suizide, das ist jahrelang, sind gerade die Suizidzahlen zurückgegangen, auch in den USA. Jetzt steigen sie wieder, und ganz besonders unter Jugendlichen, aber auch Fälle von Selbstverletzungen steigen sehr deutlich. Das blickt ja auch sehr gut an den Statistiken. Und er fordert eben seit langem kein iPhone vor dem 14. Lebensjahr und keinen Zugang zu sozialen Medien vor dem 16. Lebensjahr. Ob man das dann so extrem restriktiv handhaben muss, wie in Australien, das ist eine andere Frage. Aber auch in China ist es so, also im Heimatland von TikTok, dass TikTok erstens anders strukturiert ist, sehr viel bildungsorientierter. Zweitens, dass dort ein Jugendlicher, ein Nichterwachsener, die Genehmigung seiner Eltern braucht, um überhaupt auf die Plattform zu kommen. Die Plattformen sind verpflichtet, da die entsprechenden Kontrollen auch sehr hart und sehr wirksam durchzuführen. Also jemand muss dann die Genehmigung seiner Eltern und seinen Ausweis in einer Kamera halten und auch die Augen dazu bewegen, damit man das nicht im Bild... Alex, sag mir deine Meinung. Wenn du König von Europa wärst, würdest du unter 16-Jährigen die Benutzung von TikTok und all diesen Sachen verbieten, ja oder nein? Das müsste ja mein Premierminister entscheiden. Nein, also das beiseite. Ich halte in der Tat dieses exzessive Benutzen von sozialen Plattformen bei Jugendlichen, bei Leuten, bei denen sich das Gehirn noch entwickeln muss, für extrem schädlich. Das ist meiner Meinung nach schädlicher, toxischer als Fentanyl. Und ich würde es auf jeden Fall begrenzen und beschränken, denn wir lassen ja auch einen 13- und 14-Jährigen aus guten Gründen noch kein Alkohol trinken. Wir reden von 16-Jährigen. Und auch ein 16-Jähriger, bei dem sollte das zumindest begrenzt sein. Wir haben ja mittlerweile Bildschirmzeiten in den westlichen Ländern bei 15-, 16-Jährigen von über 10 Stunden teilweise. Ja, wird auch schon eingebaut im iPhone. Aber darf ich da einen Einspruch erheben? Ganz in den massiven. Ich kriege immer Magenkrämpfe in den letzten Jahren sowieso, wenn China als Beispiel gebracht wird. Ich bin ein Fan auch von Manfred Spitzer, der dasselbe sagt, das Gehirnforscher. Also je jünger und desto mehr, ob das jetzt Fernsehen ist oder soziale Medien konsumiert wird, desto schlechter ist es für das Kind. Das ist ja klar. Aber es geht um ein prinzipelles Problem. Ich wehre mich dagegen, dass der Staat sich permanent in die Familien- und Beziehungserziehungsaufgabe einmischt. Denn es ist die vorrangige Aufgabe der Eltern, darauf zu achten. Das Thema kennen wir doch auch aus den Fernsehzeiten, als es noch keine sozialen Medien gab. Da gab es auch Familien, wo die Kinder acht bis zehn Stunden am Tag vor der Glotze saßen. Aber dass der Staat jetzt sagt, dieses Verhalten, das kontrollieren jetzt wir, das finde ich schon bedenklich. Und zwar auch in diesem Zusammenhang. Denn gerade Australien hat sich während der Corona-Pandemie und den Lockdowns um die psychische Gesundheit der jungen Leute überhaupt nicht gekümmert, wie auch übrigens weltweit und auch bei uns sich da niemand gekümmert hat. Und heute sind es alle ganz überrascht. Und meine Vermutung ist, dass man jetzt auch da versucht, gewisse Phänomene, alles jetzt den sozialen Medien zuzuschreiben. Interessant ist ja, dass alle Verantwortlichen, alle Manager aus dem Silicon Valley es ihren eigenen Kindern verbieten vor dem 16. Lebensjahr, weil sie ganz genau wissen, was es anrichtet. Verbot ist, indem wir ein Ausdruck von Faulheit und von Verantwortung weiterschieben. Ich habe selbst Kinder in diesem Alter. Ich habe die immer ziemlich machen lassen, was sie wollten. Aber ich habe mich dann auch hingesetzt und mit ihnen darüber gesprochen. Und wenn sie gesagt haben, Putin will den Dritten Weltkrieg, Trump will alle Abtreibungen verbieten und es gibt 793 Geschlechter, dann habe ich das mit denen diskutiert. Sie haben sehr, sehr viel Unsinn da konsumiert und da muss man sich hinsetzen und mit ihnen auch drüber sprechen. Wenn man das nicht will, wenn man einfach Verbote installiert, passiert es sowieso, aber niemand spricht mehr darüber. Also von daher ganz klare Absage an solche Geschichten. Das war die Sonntagsrunde am 1. Dezember 2024. Ich bedanke mich bei Stefan Milius, Gudula-Walterskirchen und Alexander Wendt. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse, für Ihren Zuspruch, auch für Ihre Kritik. Wenn Sie welche anbringen wollen, dann gerne an die Adresse info.kontrafunk.radio und jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, dass ich schon zum Schluss komme, obwohl wir noch 5 Minuten Zeit haben, aber es gibt in dieser Sendung noch ein kleines Adventspräsent. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Adventskalender produziert, zum Hören und zum Nachlesen. Diese Stücke sind 5 Minuten lang und kommen immer am Ende von Kontrafunk aktuell, am Ende des samstäglichen Wochenrückblicks und eben jetzt am Ende der Sonntagsrunde. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag und viel Vergnügen an unserer akustischen Naturapotheke. Die heilende Kraft der Pflanzen Der Adventskalender im Kontrafunk Die Apothekerin Cornelia Stern von der Freiburger Heilpflanzenschule teilt althergebrachtes Wissen, aber auch phytotherapeutische Geheimnisse. An jedem Tag im Advent geht sie mit Ihnen durch ihren Kräutergarten. Heute die Königskerze Verbaskum densiflorum Ich freue mich heute sehr, Ihnen zum 1. Advent eine ganz spezielle Heilpflanze vorstellen zu können. Eine, die auch etwas mit Licht zu tun hat. Und zwar heisst diese Heilpflanze Königskerze. Sie hat so einen langen Stängel, an dem unzählige gelbe Blüten prangen und sieht von daher aus von der Ferne wie eine Kerze, die leuchten würde. Bei uns wachsen ganz viele Königskerzen. Ich würde mich aber heute auf die grossblütige Königskerze konzentrieren, die Verbaskum densiflorum heisst. Verbaskum, da drin ist das lateinische Wort Barba und Barba bedeutet Barth. Wenn man so eine Blüte mal etwas genauer anschaut, dann sieht man innen drin zwei Staubblätter, die ganz, ganz viele Haare tragen. Und das verleiht dem Ganzen so ein bisschen an Ansehen, als wäre die Blüte behaart behaart und würde einen Bart tragen. Ja, warum ist die Königskerze überhaupt eine Heilpflanze? Wenn ich einen Tee aus den Königskerzenblüten mache, das ist das, was verwendet wird, dann sind in diesem Tee ganz viele Schleimstoffe. Wenn man ganz gut achtet, wie sich das im Mund anfühlt, dann merkt man, dass das so ein bisschen weiches Wasser ist. Und dieses weiche Wasser hilft dann auch, wenn unser Hals gerötet ist, wenn unser Hals rau und trocken ist. Oder zum Beispiel bei diesem lästigen Reizhusten, der einem dann immer wieder zwingt, sich zu räuspern oder sogar zu husten. Und das hört einfach nicht auf, weil so wie ein kleines Kitzelgefühl im Hals besteht. Diese Schleimstoffe, die legen sich dann wie ein schöner Film darüber und beruhigen. Das Spannende davon, und das macht die Königskerze so besonders, ist, dass nicht nur Schleimstoffe in den Blüten vorkommen, sondern auch Saponine. Saponine sind übersetzt Seifenstoffe. Was gibt es bei einem Husten innerlich zu waschen? Das ist alles, was sich in den Bronchien an Schleim bildet und was wieder raus muss. Und auch dafür ist eine Teezubereitung absolut gut zu gebrauchen. Es hat noch einen dritten Inhaltsstoff drin. Dieser dritte Inhaltsstoff heisst Aukubin. Und das Aukubin hat antibakterielle Wirkung. Man könnte fast sagen, es sei ein kleines Antibiotikum. Und gerade bei einer heftigen Bronchitis, da hilft auch dieses Aukubin dabei, damit der Husten dann auch wirklich vorbeigeht. Was die Königskerze auch noch hergibt, ist, dass man die schönen gelben Blüten mit einem fetten Öl übergießt, lässt sie ein bis zwei Wochen ausziehen. Und ein, zwei Tropfen von diesem Königskerzenöl geht man bei Ohrenschmerzen in den Gehörgang, verstopft den Gehörgang mit ein bisschen Watte. Und so ist auch etwas dabei, was dann bei den Ohrenschmerzen lindert. Dieses Rezept ist übrigens auch wunderbar für Kinder geeignet. Ein kleines Geheimnis vielleicht auch, was man mit dieser Königskerze auch noch machen kann. Wenn sie verblüht ist, dann bleibt nämlich nur ein grosser Stängel. Und diesen Stängel kann man unten am Boden abtrennen und dann wie eine Fackel in flüssiges Wachs tauchen, mehrere Lagen immer wieder reintauchen, rausziehen, trocknen lassen, eine neue Lage Wachs drüber tun. Und so hat man eine Fackel für den Winter. Und diese Fackel, probieren Sie es aus, die brennt mehrere Stunden. Auf unserer Webseite kontrafunk.radio finden Sie alle Heilkräuter und den ganzen Adventskalender als E-Book zum Verschenken oder selber lesen. Das war Verbaskum densiflorum, die Königskerze. Die Königskerze Die Königskerze Die Königskerze unter die Königskerzen Jesus Nur Von Birx Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018